Meine Damen und Herren, liebe Pernburgerinnen und Pernburger und vor allen Dingen, liebe Mädchen und Jungen, liebe Kinder, ich darf Sie und Euch auf das Herzlichste begrüßen zu unserem diesjährigen Eröffnung des Hele Christmarkts. Wir merken schon, dieses Jahr ist alles ein bisschen gemütlicher, ein bisschen enger, die Bühne ein bisschen sehr klein, Jens, aber wir kriegen es alle unter. Tja, der diesjährige Weihnachtsmarkt ist etwas geschrumpft. Wir haben natürlich wie immer in erster Linie an unsere kleinen Besucher gedacht. Deshalb gibt es hier auch zwei Fahrgeschäfte für die Kleinsten und auch für die etwas Größeren, den Autoscooter, damit hier für Kurzweil gesorgt ist. Ansonsten haben wir ca. 37 Händler, die hier den Markt beschicken, die sie kulinarisch vermögen werden. Ich bin ein kleiner Schneemann mit einem schwarzen Hut, einer Rübennase, die steht mir wirklich gut. Ich kann mich nicht bewegen, doch wenn mich keiner sieht, dann kannst du was erleben, pass auf was dann geschieht. Dann fängt es mal schlecht. Ich kann mich nicht bewegen, doch wenn mich keiner sieht, dann kannst du was erleben. Ich kann mich nicht bewegen, doch wenn mich nicht bewegen, dann kannst du was erleben. Ich kann mich nicht bewegen, doch wenn ich meine Geschäfte, dann kann mich nicht bewegen.